So, und damit natürlich nochmal herzlich willkommen zu unserem Gewinnspiel, unser Gourmet-Weihnachtskalender. Hier könnt ihr jeden Tag ein Abendessen für zwei Personen gewinnen. Was ihr dazu machen müsst, ist einfach nur folgendes. Schreibt an die WhatsApp-Nummer 662-30-0000, also 66, 23 und 5 mal die 0, das Kennwort Adventskalender oder Navidad. Und euer Name dazu, schickt das an die, wie gesagt, WhatsApp-Nummer von Radio Soll FM und schon seid ihr in der Liste. Und an jedem Tag öffnen wir ein Türchen an unserem Weihnachtskalender und ihr könnt dann ein Abendessen für zwei Personen gewinnen. Viel Glück!